Willkommen zu dieser ganz und gar spontanen Ausgabe des Ninja Plays. Gut, zu viele Worte. Mache Bollam's Kopf zu schmerzen. Zeit, zu schlafen! Ich habe ja schon die ersten 40 Minuten ein Video zugemacht. Ist das jetzt hier mal ein Bosskampf, wo man gleichzeitig gegen zwei riesige Monströsitäten, also Golems, antritt. Und das Ganze mit meiner Vierergruppe. Ich habe mich hier für einen klassischen Tank, nämlich die Nocker, entschieden. Dazu einen kleinen Schurken, das ist der Denzel. Meine Nella, das ist eine Magierin. Und einen, ja, ich würde mal sagen Totenbeschwörer. Der kann unter anderem Kreaturen kontrollieren, aber auch Schaden austeilen über Zeit zum Beispiel oder Explosionen machen. Bei diesen Bosskämpfen ist es so, dass man am Anfang immer den Pause-Modus auswählen sollte, um, wie hier jetzt gesehen, erstmal zu schauen, was die eigentlich für Fähigkeiten haben. In dem Fall ist es nämlich so, dass das, obwohl sie beide doch recht gleich aussehen, sie unterschiedliche Fähigkeiten haben, mit denen sie euch zusetzen. Und zwar ist das hier, dass der Rechte, den ich jetzt auch direkt als erstes angreife, als erstes getötet werden muss, da, solange er lebt, der andere immer wieder geheilt wird. Das funktioniert ganz klassisch bei so einem Spiel. Ich schicke meine Leute einfach drauf, mache das im Pausen-Modus, kann auch Fähigkeiten aneinander rein und habe festgestellt, dass diese beiden ganz und gar unangenehme Fähigkeiten besitzen, wenn sie, ja, wenn sie nicht unterbrochen werden. Unter anderem kann der rechte Golem, dieser Plague-Golem da, kann seinen Schaden, seinen physischen Schaden, also den er mit Zuschlagen austeilt, extrem anheben, während der andere seinen magischen Schaden kurzzeitig extrem anheben kann und dann eine Schadenswelle austeilt, die letztendlich jeden töten würde. Dazu könnte sie sich noch gegenseitig heilen und auch ein bisschen Stunnen. Deswegen mache ich das hier ganz geschickt. Mein Setup ist auf diesen Bosskampf nicht besonders gut abgestimmt. Ich muss dazu sagen, dass das hier der zweite von vier Schwierigkeitsgraden ist, der ab und zu richtig knackig werden kann. Den Bosskampf habe ich dann doch beim ersten Mal geschafft, obwohl meine Gruppenzusammenstellung, es gibt ja insgesamt acht Helden, aus denen man sich auswählen kann, mit welchen man losziehen möchte und wie man die skillen möchte. Und ich habe mich für eine Gruppe entschieden, die mehr oder weniger Gruppenschaden macht. Also ganz gut gegen die ganzen kleinen Gegnerhorden sind die zwischen den einzelnen Bossen dann kommen. So ganz viele Bosse gibt es hier gar nicht. Das ist jetzt der Endboss des zweiten Aktes. Wer das ist und warum der da so ist und wer das davor war, das werde ich euch alles gar nicht sagen. Hier hat man jetzt eine dieser Angriffswellen gesehen. Da bin ich davon ausgegangen, dass diese Welle nur nach vorne gemacht wird und ich habe nicht damit gerechnet, dass diese Schockwelle sich mitdreht. Also dass quasi der Boss, während er diese Zauberzeit hat, dass er sich dabei drehen kann. Deswegen habe ich es nicht geschafft, den Denzel da rauszuholen. Also letztendlich da die Möglichkeit zu gucken, auf wen er diese Schockwelle gerade zaubert und denjenigen dann alleine platzieren, sodass die anderen Mitspielergruppenmitglieder eben hinter dem Boss stehen. Was ich hier die ganze Zeit mache, das habt ihr vielleicht schon gesehen, die Nella, das ist, wenn ihr unten auf die vier Porträts guckt, das ist die dritte. Meine Zauberin hat so eine kleine Druckwelle, mit der sie die Gegner umschubsen kann. Und deswegen platziere ich sie immer so zwischen den beiden Bossen, dass beide gleichzeitig umgeworfen werden, falls der eine jetzt zum Beispiel seinen tödlichen Angriff zaubert, dass ich den sofort unterbrechen kann und den anderen damit auch gleich für ein paar Sekunden außer Gefecht setze. Das Traurige bei den Bosskämpfen, wie ich finde, ist, dass die sehr, sehr oft immun zu Kontrolleffekten sind. Auch diese hier können nur mit 25% kontrolliert werden. Das heißt, drei Sekunden oder einfache Rechnung, vier Sekunden Furchtzauber, den ich unter anderem mit meinem Totenbeschwörer da machen könnte, der würde dann nur eine Sekunde halten. Deswegen lohnt sich das nicht bei einer eigenen Zauberzeit von drei Sekunden. Das gleiche gilt für die Fähigkeiten. Ich habe meine Nella, meine Zauberin so aufgelevelt, also ihre Fähigkeitspunkte so verteilt, dass sie den Angriff der Gegner verlangsamen könnte. Aber diese Bosse hier sind immun dazu. Deswegen nützt mir das Ganze gar nichts. Letztendlich haue ich die ganze Zeit nur mit automatischen Angriffen auf die Gegner drauf, versuche sie zu unterbrechen, benutze Heilung und habe jetzt hier festgestellt, dass ich das Unterbrechen nicht machen kann, weil mir das Mana dafür gefehlt hat. Also ziehe ich meine vier Gruppmitglieder ganz einfach weg von den Bossen, was auch oftmals funktioniert. Ich weiß nicht, ob das am zweiten von eben vier Schwierigkeitsgraden liegt, dass man den Tank einfach mal spazieren führen kann. Das heißt, man setzt ihm Wegpunkte weg von den Gegnern und sehr oft sind Bosse mit Nahkampfangriffen zu langsam. Die kommen da nicht hinterher, sodass man da die Nahkampfangriffe dieser Bosse verhindern kann auf dem eigenen Helden. Hier war es jetzt einfach so, dass meine Nella, die auch heilen kann, nicht genug Mana für die Heilung hatte. Meine Nocker, die der Tank ist, ihre Heilung war noch nicht bereit, also bin ich einfach mal ein bisschen weggerannt. Denzel ist mittlerweile so geskillt, dass er sich auch selbst heilen kann, weil ich Heilung ziemlich toll finde. Das liegt daran, dass ich in Spielen immer den Heiler spiele. Und auch das hier mehr oder weniger so mache, dass die alle irgendwas haben, um sich selbst zu heilen. Da gibt es auch noch richtige Heilerhelden. Den Schamanen nehme ich eigentlich nie mit. Also ich mag diese vier Leute, die ich da so zusammengestellt habe, weil die unglaublich gute Flächenschaden haben, Kontrolle haben, Heilung haben und mit Nenzel auch noch guten Einzelzielschaden haben. Das ist eigentlich eine ganz hübsche Sache. Ja, in diesem Fall ist es jetzt eben so, dass er jetzt unglaublich viel Schaden machen würde, der Plague-Golem. Also dieses Seuchenvieh in einem Umkreis von, ich glaube, sechs Metern müssten das in etwa sein. Das sieht man jetzt auch wunderbar. Und ich deswegen einfach meinen Helden abziehe, die anderen auch. Gut, das war jetzt wieder das Ding nach vorne. Hätte ich besser aufpassen können. Das heißt, einfach rauslaufen. Man muss da wirklich die Pausenfunktion benutzen. Man muss auch immer darauf achten, dass man die Gegner so im Blickfeld hat, dass man über ihrem Lebensbalken sieht, was sie gerade zaubern. Hat man jetzt gerade gesehen. Diese Schockwelle von dem zweiten Golem, die habe ich nur ganz kurz gesehen und auch nicht beachtet, weil mein Tank einfach voll geheilt ist und auch schon wieder den Rüstungsschutz anhat. Also weniger Schaden kassiert für zehn Sekunden und sich dabei auch noch heilt. Also eine richtig tolle Fähigkeit. Und dementsprechend kurz weggelaufen, Fähigkeit abgewartet. Nella läuft wieder in Position, damit sie das nächste Mal die Gegner umstoßen kann, sobald die anfangen etwas zu zaubern. Und dann ist dieser Bosskampf ja eigentlich auch gar kein Problem. Das Ganze, die ganze Aneinanderreihung von Fähigkeiten funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Das heißt, man kann das alles auch über Hotkeys, über die Tastatur machen, sodass man da gar nicht so viel klicken muss, wie ich jetzt hier in diesem Fall. Ich habe das jetzt hier einfach mal, um zu zeigen, immer mal die Tooltips einzublenden, was die Fähigkeiten eigentlich können, damit ihr das auch vielleicht in einem Pausenmodus des Videos mal sehen könnt. Einfach gemacht. Und so kann man wirklich tolle Bewege geben, Bewegungsabläufe geben. Das heißt, man kann den eigenen Helden sagen, jetzt geht mal nach rechts oben, dann lauft ihr dahin, dahin, dahin und nutzt erst eure Fähigkeiten. So kann man gerade bei Bosskämpfen ja sehr oft Fähigkeiten, in die man rein- oder rauslaufen muss. Das stellt dann auch immer dar, wenn man sich am Anfang die Zeit nimmt, die durchzulesen. Und da kann man sehr gute Laufwege abstecken. Und jetzt sehen wir jetzt nochmal, wie die Schockwelle unterbrochen wird. Ich gehe noch ein bisschen näher ran, weil ich nicht weiß, ob der Boss in der Nähe, oder nah genug ist. Bam. Und man sieht, Zauberzeit abgebrochen. Boss fällt kurz hin. Allerdings war ich ein bisschen zu blöd, denn die Schockwelle von Nella hat auch meine eigenen Leute getroffen. Das ist überhaupt so eine kleine Eigenheit dieses Spiels, dass sehr, sehr viele Flächenzauber auch die eigenen Leute mit treffen können. Also das macht für mich persönlich den Reiz von Arclash Legacy aus, dass man oftmals entweder vom Gegner oder die eigenen Helden Geschosse haben, die man positionieren kann, wo sie langfliegen sollen, beziehungsweise wohin sie fliegen sollen. Und die fliegen dann auf geraden Wege in diese Richtung weiter. Und die können allerdings befreundete Spiele, eigene Helden treffen, wie auch Gegner. Soll heißen, man muss gut gucken, wie man seine eigenen Helden platziert und wie man sie laufen lässt, dass sie nicht aus Versehen in die eigenen Geschosse reinlaufen und dann sterben. Und schwuppdiwupp haben wir es auch schon geschafft. Beide Bosse sind tot. Das war jetzt letztendlich gar nicht mal so schwer. Da habe ich schon andere Bosskämpfe erlebt. Und natürlich wird die Beute aufgesammelt. Das können wir uns auch noch ganz kurz anschauen, was es da so gibt. Das ist das Inventar. Leider, leider einer der Schwachpunkte dieses Spiels, das übrigens nur 20 Euro bei Steam kostet. Also für mich auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Leider ist das, dass die Ausrüstung, die man anlegen kann, sehr, sehr gering. Also jeder Held hat nur vier Plätze. Man kann keine eigenen Waffen oder Rüstung anlegen, sondern hat nur sowas wie Ringe, Ohrringe, Talismane. All diese Dinger. Ist wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass das Entwicklerstudio recht klein ist und gar nicht die Kohle hat, ganze Rüstung zu designen. Nun gut, das soll es gewesen sein. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.